Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es um ein paar Paragon Kisten, die wir öffnen wollen und zwar insgesamt wieder 5 aus dem Patch 9.1. Und da war ich wieder halbwegs fleißig und habe ein paar Vorratskisten des Todes gefarmt und dann dementsprechend noch, ich glaube eine Kiste von dem Archivarkodex, die wir noch zusätzlich dabei haben. Also wir haben eine hier von dem Vorstoß des Todes, eine ist quasi nochmal vorgebastelt, sind wir bei 2. Und dann auf dem zweiten Account habe ich auch nochmal eine Vorratskiste des Vorstoßes des Todes, eine vom Archivarkodex und hier dann dementsprechend auch nochmal eine von dem Vorstoß des Todes. Insgesamt haben wir 5 und ich hoffe, dass das letzte Item, was ich da noch brauche, rauskommt und zwar das Barrel Splitter Fell. Das ist das zweite Mount hier quasi aus der Kiste, das andere haben wir schon tatsächlich. Also ja, drückt mir den Daumen und ich würde sagen, wir steigen mal ein mit der ersten Kiste und... Na Gott sei Dank, Mann und ich habe nochmal 4 Kisten mehr gefarmt, ne, da ist das Mount drin. Gut, die anderen Kisten hätte ich mir jetzt sparen können, aber okay, sei es drum. Da haben wir es, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh. Jetzt können wir, äh, ne, just for fun die anderen auch noch aufmachen, weil es sind noch ein paar Pets drin, die wir noch ein bisschen zu Gold machen können. Ne, sieht eher schlecht aus, hier haben wir noch eine Courtier-Ausrüstung. Und was haben wir dann da mit dem zweiten Account noch, schauen wir hier auch mal rein. Ja, ein bisschen Courtier-Ausrüstung. Das Portalsteine, die brauchen wir natürlich auch nicht. Und hier in der letzten Kiste, was haben wir da noch so drin? Auch nochmal, also Mount-technisch schaut es da schlecht aus. Jetzt würde ich sagen, lernen wir das gleich mal. Und schaut uns das einmal an. Ihr seht, viele Mounts fehlen mir jetzt gar nicht mehr. Also das war eins der wenigen, an denen ich noch dran war. Und ja, freut mich jetzt echt richtig, dass wir endlich hier mit Courtier zumindest, was das Mount-Farmen und das Ruf-Farmen angehen, durch sind. Das Mount ist ja mehr oder minder schick. Wir kennen ja das hier schon aus verschiedenen anderen Farbvarianten. Da gibt es ja nochmal, ich meine, eine lila, so eine gelbe und eine orange gab es, glaube ich, auch nochmal. Also hier aus Courtier ist es tatsächlich so, dass man ein oder dasselbe Model doch das eine oder andere Mal bekommt. Schauen wir mal Courtier. Und hier seht ihr, da hatten wir das gleiche in gelb, in rot oder orange, je nachdem, wie man es betiteln möchte. Und hier noch so ein bisschen lila. Also es gab schon in drei anderen Farbvarianten, wie das eine oder andere, andere Mount hier. Und ja, jetzt haben wir quasi die Courtier-Sammlung Tutti Kompletti abgeschlossen. Und ja, jetzt muss ich nur noch ein paar kleine andere Mounts holen. Da werden wir uns das dann das nächste Mal angucken. Gut, damit sind wir mit dem kleinen Opening wieder durch. Mich hat es gefreut, der Survival-Wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung. BR 2018